Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games. Mit dabei ist hier der Anni. Alles klar, der wird sich erstmal die Kiste schnurren, ich halte ihn aber davon ab. Und da ist der Tod. Nein, der hat überlebt, so ein dreckiger Hurensohn. Ich wollte sagen, ich bring bald das Schattenpack V2 raus und ich spiel gerade momentan damit. Also, wenn es euch schon mal gefällt, könnt ihr ja ein Like nach oben da lassen. Ja! Meine Mutter hat jetzt vor kurzem gesagt so, Antonio, du darfst nicht rumschreien, schreien ist nicht gut, was sollen die Nachbarn von uns denken? Lachen darf ich so laut wie nur möglich, aber ausrasten nicht, verstehe ich einfach nicht. Nein! Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich würde einfach mal sagen, wir treffen uns jetzt diesmal. Oh mein Gott, ich wurde erkannt, Con Broker, oh mein Gott! Digga, ich bin Fame. Scheiße, nein! Der hat irgendwas drin. Oh mein Gott! Was war da gerade los? Fuck! Ich lade jetzt den Con Broker auch noch in die Party ein. Ich glaube, der ist mir vorhin nachgejoint und... Ah, da ist der. Ein Eisenschwert hast du, Digga. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich sehe dich. Ja doch, ich sehe dich, bleib stehen. Gib mir das Eisenschwert, bitte. Bitte, 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 bitte. Dankeschön. Komm, jetzt besorgen wir dir ein bisschen Equipment. Und, da haben wir ihn. Kommt der Nächste. Ich hab den auch. Warte, ich geb dir ein bisschen Equipment. Nimm das. Ich hab ihn. Ich renne weg, ich renne weg. Oh mein Gott, ich werde es nicht überleben. Verfolgt er mich? Espektiert er mich bitte mal. Oh, was machen wir jetzt am besten? Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt auf den nächsten Gegner los. Was natürlich Sinn machen würde. Ah nee, ich sehe da gerade drei Leute. Was ist da los? Nein, da muss ich abstauben gehen. Ich hab ihn. Nein. Das ist ein Team. Doch, ich hab ihn bekommen. Was ist da los? Der ist raus. Der ist rausgesprungen. Ja, der ist rausgesprungen. Warte, warte mal ganz kurz. Der ist da hinten. Den schieße ich jetzt am besten mal ab. Lol, da hat es noch einen Eisenhelm. Ich will den haben. Der ist in der Ecke. Den kriegst du, den kriegst du. Und, und. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Nice. Ja, dann war es das dann auch schon mit der Folge. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.